Und damit hey Leute, was geht ab? Hier ist hier euer Lilpolars mit einem neuen Video für euch heute Leute. Und zwar zocken wir heute mal Ranked Duo an der Stelle. Und hab heute auch tatsächlich noch ein Mate mit dabei. Wenn ihr schon nichts mehr verpassen wollt, gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Gern Daumen noch umdarassen Leute, würde ich euch eben so freuen. Und das ist auch erst meine erste Einranked-Runde. Also komischerweise, Fortnite hat ja den Rang zurückgesetzt, sobald ich nicht weiß warum. Wir werden Theater haben. Kau ich jetzt schon. Man, die fliegt weg. Hm. Haben wohl doch keine Lust. Ja, aber ich muss auch sagen Leute, Fortnite muss den Ranked-Modus überarbeiten. Der muss auf jeden Fall noch besser gehandhabt werden. Der ist noch viel zu sehr unausgereift. Oh ja. Hier, Cola. Ui. Die fliegt weg. Die fliegt weg. Hey, hier sind besser. Oh, boah, komm. Das wärs. ich geh zur tankstelle ich glaub da ist sogar einer von denen gelandet ja ja hier ist einer schon unterwegs oh mein gott oh mein gott nein hau ab hau ab wir haben beide spaß und treffer und so entspannt man kann sich unterhalten also brauche zwei schmutz schmutz jetzt machen wir dich platin das ist schon wieder frech und chat das ist das gleiche wie in valorant in valorant wurde tatsächlich diese season auch nur in bronze eingerankt wer was habt ihr dort mit euren behinderten bronzenrängen alter ich will doch nicht bronze sein da muss ich mich immer wieder hochspielen manche leute haben gar keine ahnung was das für eine arbeit sein muss und so weiter vor allem wie manche leute immer noch heutzutage reinschreiben in die kommentare ja fortnite key und so weiter ja dann macht fortnite doch und da ist mir doch egal ganz ehrlich fortbetten genauso ein ernstzunehmendes spiel spiel wie valorant leech of legends oder sonstige games das ist egal keiner von euch also keiner hat großartig ahnung davon manche leute haben keine ahnung davon die sowas reinschreiben wie großartig so ein game überhaupt ist und was das für ein aufwand ist so ein spiel am leben zu erhalten das können sich meine gar nicht vorstellen und das ist halt das ding das ist schon traurig natürlich gibt es auch sachen die ich an fortleid natürlich inzwischen auch nicht mehr fühle wie zum beispiel das mit rdw oder so dass sie da die täglichen belohungen rausgenommen haben aber man muss halt akzeptieren was wir machen fortleid wird deswegen jetzt nicht alles wieder so machen wie es vorher war die werden nicht arena wieder reinpacken die werden safe auch nicht wieder die täglichen belohnungen reinpacken und die werden auch das spiel nicht mehr so großartig ändern denke ich mal neue maps klar logisch skins man kennt auf jeden fall neue skins in battle passen wobei man auch sagen muss sie haben mit den anzahl an skins haben sie inzwischen auch ziemlich nachgelassen damals da kam eine ganze flut an skins rein der man konnte sich gar nicht retten der geldbeutel hat geblutet und heute sind es nur noch so was weiß ich wenn es noch hoch kommt zehn skins die vielleicht mal in einem update reinkommen nicht mal sind wir eigentlich schon bei einem durchschnitt von drei bis fünf was sehr traurig ist das sage ich aber auch zurecht gut dass ich keine waffe habt ihr ja sehr schön auch käse dann nix ah jetzt wird ja wenigstens meine mp ahja bruder markiert doch gleich alle hier achso du hast markiert ich dachte schon ein gegner war es ja habe auch eine blöde noch aber auch ich wenn du unter du 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 Und du? Ja, ich weiß. Hab's gesehen. Einer weg. Down. Weg. Bei Tankstelle ist, glaub ich, der andere. Nein, der ist da oben auf dem Haus. Da lagste falsch, mein Junge. Oh. Der ist jetzt da drüben. Check, correct. Let's go. Flüchte nicht. So'n Ding. So, mal gucken, ob überhaupt noch hier jemand ist. Glaub nicht mehr. Der Stadt einnehmen, dann wissen wir's. Ist ja geil, wenn's so'n Warm-up geben würde. Digga, aber im Rehe ruft da immer jemand. Was ist denn da, Phase? Spiegelung. Hä? Was wurde markiert scheinbar, aber was? Nur die Ton. Spiegelung. Ich glaube, ich zumindest. Im Hintergrund ist mein Freund, sorry. Ah, brä. Ich hab' ihm dort gesagt, dass wir... ...wegen Video. Hm. Aber sagen wir mal so. Ja. ADS. Okay. Ja, gut. Na. Äh, ich würd' sagen, lass weiter, oder? So, das ist ja so geil, wenn man so... Also, mein Community... Das ist ja so geil, wenn man einfach eine Runde gewinnen würde und man würde so hart aufsteigen. Das wär'... Das wär' sehr geil. Ich bin eben von Silber 3 auf Gold gestiegen, also Gold 1. Boah. Welchen Silberrang warst du? Silber 3. Nein, nein, nein. Äh, ich mein' Silber 2. Oh, lol. Aber irgendwie... ...9, 80% oder so, weil... ...dann halt Gold 1. Aber ich bin wieder abgestiegen. Ja, was... ...ä, Silber 3. Ja, aber es gibt ja Silber 3 auch. Eben. Es gibt ja Silber 1, Silber 2, Silber 3 und dann geht's in die nächste Division. Ach, Mann. Da ist einfach... Also, Chat... ...dings, also, Chat, my Community... An der Stelle muss ich sagen, es gibt viel Einfacheres. Da war Arena viel unkomplizierter. Muss man ehrlich sagen. Äh, da... ...die gehen gerade Richtung... ...Slappy. Die einen... ...wo wir jetzt... Egal, lass sie das sehen. Ich glaub, der Boss spawnt hier gleich. Oder ist... ...müssten die schon gespawnt sein. Weiß ich nicht. Ob der schon gespawnt ist. Äh, er kommt wieder. Er kommt wieder? Er kauft Geld. Oh, lol. Bei mir sind die noch ziemlich weit weg. Ah, ne, die kommen gerade wieder. Ich seh's auch. Dann müssten die ja hier vorne irgendwo gleich kommen. Ah, ja, ich seh die sogar. Da hinten sind sie. Digga, was hast du für'n Adler, oder? Ach, da. Ich hab Zielvisier mit drinne. Puh. Okay, sind echt die Spieler. Oh, ne, hier sind auch noch welche. Oh, mein Gott. Wir werden so gesandwiched. Oh, ne. Lass uns verhindern. Ne. Das ist ein Rotz. Oh, gelegt. Hätten nur noch, dass die hinter uns anfangen, noch uns zu torpedieren. Ja, ich wusste es. Junge, ekelhaften. Ja, die beiden kommen jetzt auch. Ah, Digga. Junge, was könnten ihr? Alter, Junge, das ist so unfair. Der hat ein Mythisch am KZ-Gab. Und das ist der Grund, warum ich Rank nicht mag, Leute. Wisst ihr, da fighten, fightet ein Team gegen zwei Leute. Das ist unfair. Das ist so unfair. Ja, und ich gönne es deinem Mate nicht, dass er wieder hochkommt. Gönne ich der nicht. Das mal kurz, Lobby. Das ist so unfair. Let's go. Wohin? Sag du. Ich bin lieb, wenn dich zu. Ich bin spatterstisch. Es geht ein. gute challenge fürs nächste video für dich was soll das für eine challenge sein killduell was der killduell gespitzteams halt jetzt du und drei anderen und halt dann killduell halt wie musst du entscheiden oder ich hab sowas schon mal gemacht und shirt los ja jetzt hat ich bis dahin mit gelandet allein wenn ich diese pump schon wieder höre allein wenn ich höre wie viele gegner hier schon wieder sind ja können kotzen aber ich habe das fand ich ja nein die kommen ja aber nicht stellen nach der achte schade die junge spielfühlt zu dritt gegen eine reine Arsch untergekriegt alter so also ich hoffe ich habe mich gerade einfach nur verlesen beim busfahrer bedankt da standen aber ich habe richtig gelesen habe ich habe mich verlesen kannst du all die glaube ich heiße den als wie ein streamer der ist auf jeden Fall gut die die keine Ahnung auch der Typ hat Bluherberg ab und mit derzeit kann ich drüber meinen ab und stark und jetzt damit am bettchen was hilft auch mal ein hits connected ja das war deren mission keine ahnung hat er nicht hingekriegt wo ist der andere hin da war noch irgendwo einer letzter schuss ob der irgendwas noch sagt ah ja der ist da der ist da das habs genommen jungen was dem denn seine mission ins antritt noch mal minus 20 johä komm her und feite wie ein richtiger mann nicht abhauen okay erwacht den hier m um hier für den Ich will lieber Double Pumpen. Drei Kills, sehr schön. Hier fliegen welche? Wo? Wo? Hä? Hinter uns, oder was? Nein, nein, vor uns. What? Junge, der Schildbreak. Hier ist 75? Leider hat sich da eingebaut. Oh my god. Chipwreck? I'm downed. Ja, sehr stark. Mach ich hier ein bisschen. Jo. Hast du Minis für mich? Oh, komm. Das sind meine letzten zwei. Huch. Vier Leute weggeklatscht. Nicht schlecht für den Anfang. Mh, 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 mh. Weil der eine hat einfach so die Hits reinbekommen mit der mythischen Pistole. Schon eklig. Ey, äh, dieser neue Musselkart, das ist jetzt heute die Aufgaben drin, ne? Ja, hab ich gesehen. Ich hab den jetzt schon freigeschalt. Ey, ne. Ah, der hat zwei mythische Pistolen. Haha, blöd. drüber anscheinend. Ja, jetzt schneller kann ich… Kann man da rüber, können ... der wegfliegen, so n Ding. noch brötchen oder was oder falten welche da oben obwohl ich wurde markiert 9 aber noch Prozent er hat sich die Bei Shipwreck? Er trifft alles Ich bin dead, Luftfullbox Tigger ist der Beste Ich dachte, ich bin der Bronze Sieh mir auch gerade Nice Oh, chillig, Digga Guck mal Ach, komm Digga, spielt der Als ob das ein Hit war Bruder, ich hab vor ihm abgedrückt Und er trifft trotzdem alles Ja komm, stirb einfach An Fall Damage, würde ich dir gewinnen Als ob das gereicht hat Mich aufzulevenen auf Bronze 3 Fuck Als ob das gereicht hat Lol Egoi Absolut, so viel Let's go So Komm, diese Runde muss was werden Äh, selbst wenn's nichts wird Trotzdem schon mal Bronze 3 Ich will dich jetzt aber noch Silber machen Schmecke die Schmeckt Ja Ja, was hat das denn gerade für ein ekelhafter Leck Bei mir, Robert, Jo Bei mir Oh, Digga, da ist sogar noch ein Lama Eingebarmt Nein Piss ich Piss ich Ich Überleb Ich weiß was Verfolgt er dich? Ja Kannst du dir nicht diesen Heel-Bot kaufen? Oder ist er nicht bei dir? Okay Tschüss Bin aufm Weg, krall durch Warte Hits Ah, nevermind Sieht schlecht aus für mich Ist ja eine hässliche Dynamo Die hat mich gerade die ganze Zeit verfolgt Und jetzt ist sie einfach weg Gott sei Dank Es ist mir einfach nur in Ruhe Ich hab keinen Bock auf dich Oh, Medikit, sehr stark Schmeckt wie schmeckt Boah, dass ich da auch wieder rausgekommen bin Das ist ja schon noch ein Wunder hier Das ist ja schon noch ein Wunder hier Auf ihn Stark Hier liegt noch eine Krone, ne, wenn du willst Ich glaub das wird zu viel Aufmerksamkeit erregen Bei Fabriks sind auf jeden Fall noch welche Ja, hier Oh, oh Oh, oh Was? Anni, so ein Herzinfarkt passiert Oh, oh, oh Oh mein Gott, die haben dir gerade fast alles genommen, alle Komme Oh, die Kälpen richtig heklart Oh, oh Du mir bitte Ah, Digga, ja Ich nehm mal wieder warm ab Und jetzt versuch abzauern Junge, was willst du, Superhelden-Tusse? Egal Das ist eine hässliche, echt Könnte ich ja nicht Dass er hässlich ist Äh Äh, glaube ich Da würde ich das Video auch an der Stelle beenden Ich hoffe, ihr hattet mir gefallen gerne Abo-Button Und Glocke aktivieren, um nichts dazu zu verpassen Gerne Daumen nach oben da lassen, Leute, würde ich euch ebenso freuen Und gerne einen Kommentar da lassen, wie wisst ihr es mit Kommentaren mal gerne durch Und dann würde ich sagen, euch noch einen wunderschönen Tag Und bis zum nächsten Video, Leute Bye Bye